Musik Und Leute, falls ihr mich supporten wollt, dann kommt gerne in meinen Brawl Stars Club rein, da heißt die Gärtner, es wäre natürlich sehr ehren, wenn ihr reinkommen würdet und ihr habt auch eine bessere Chance mit mir zu spielen und ich werde jede Anfrage von euch annehmen, also Freundschaftsanfrage und ich werde immer mit euch spielen, deswegen es lohnt sich in den Club reinzukommen. Ich würde mal sagen, los geht's mit dem Video. In diesem Video bin ich zweimal der Imposter geworden und schaut mal, was passiert ist. Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist schon willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich mal wieder ein Among Us Video, weil ihr öfter gefragt habt, ob ich wieder mal ein Among Us Video machen kann, weil ich mache auch nur Brawl Stars Videos. Dann mache ich mir einfach mal, warum mache ich nicht einfach mal wieder ein Among Us Video seit langem und wie ihr gerade sehen könnt, bin ich einfach mal der Imposter. Und ja Leute, ich werde dieses Video auf 10 Minuten strecken, weil meine letzten Videos sind halt nicht mehr so lange, ich gehe mal kurz wenden. Ist jemand, soll ich den töten? Ne, besser nicht, weil ich stellte schon jemand, kommt raus. So, ich gehe mal jetzt wieder raus. So, ähm, der ist hier wieder, okay, okay, ich habe den gekillt, ich gehe mal schnell wieder wenden, los, los, los. Drück dran. Oh mein Gott, Digga, das hat nicht gewendet. Okay, so, ich gehe jetzt mal in verschiedene Ecken rum und gucken, was ich falsch mache. Ähm, der hat die Leiche gesehen, aber der reportet nicht. What? Okay, jetzt hat der reportet, weil ich dachte, der macht jetzt einfach nichts. Okay Leute, auf jeden Fall, ähm, der hat nicht reportet. Ne, doch hat der gemacht, aber das hat so lange gedauert. Alter, die haben beide für mich gemacht, chillt doch mal euer Leben. Aber ja Leute, auf jeden Fall, äh, es haben auch beides gebotet gemacht, deswegen, es wurde vor gar keinem schieben. So, okay, ähm, ich hoffe mal, dass wir das vielleicht gewinnen, weil es nehmen auch nur noch drei Leute. Plus ich dazu vier, okay, ich habe jetzt hier mal zugemacht. So. Okay, jetzt bin ich hier und, ja. So, okay, das ist auf jeden Fall wieder aufgegangen. Die sind jetzt hier zu zweit. Ich hoffe mal, dass sie sich langsam wieder trennen. Okay, und Leute, ich habe das Licht gerade ausgemacht. Das heißt, äh, dass sie gerade nichts sehen können. So. Machen die auch mal jetzt das Licht an. Okay, die haben es wieder angemacht. So. Ist hier kein anderer mehr? Ich glaube nicht, gell? Ich gehe mal wieder runter. Ist jemand? Das habe ich gerade nicht gesehen. Aber ich gehe mal wieder hier raus. Wo sind die anderen Gegner denn? Also anderen Leute. So, ich laufe mal hier ein bisschen rum. Und, ähm, ja, Leute, mein WLAN ist gerade ein bisschen verpackt. Deswegen, ich weiß gerade nicht, warum ich gerade nicht laufen kann. Aber, ja, Digger. Hallo? Ach so, jetzt, okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, Leute, ich bin jetzt der Imposter. Und ich suche jetzt mal die Gegner. Und hoffe mal, dass sie töten kann. Und vielleicht könnte das sogar der Sieg einfach mal werden, Leute. So. Wo sind die anderen Gegner? Also, Leute, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit Gegner sage. Ich meine auf jeden Fall Menschen. So, Leute. Okay, ich gehe mal hier unten. Ist bei Admin einer? Nö. Ich frage mich gerade wirklich alle, wo die sind. Okay, ich habe jetzt einfach mal das Licht wieder ausgemacht. Ich gehe mal einfach so hier rein. Ich tue mal so einen auf unauffällig. Es leben auch nur noch drei Gegner. Also, Leute, immer noch. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Keine Ahnung. Schau mal, was ich hier so machen kann. Ich tue einfach mal ganz kurz nur so einen auf unauffällig. Dass sie mir das auch glauben. Dass ich kein Imposter bin. Ich gehe mal schnell wenden. So. Okay. Dieser Typ, der steht da vor mir. Ich glaube, wenn ich den jetzt... Ja, Moin. Ich habe einfach gewonnen. Ja, geil. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns einfach mal bei der nächsten Runde. Und oh mein Gott, ich habe das gewonnen, Alter. Richtig geil, ey. Direkt einfach mal erst mal Imposter geworden. Plus direkt gewonnen, Leute. Gar kein Bock. Spaß. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns gleich. So, Leute. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt mal bei der nächsten Runde. Und ich hoffe mal, dass ich wieder Imposter werde. Ob wir das gewinnen, weiß ich nicht. Weil vorhin waren auch wenige Leute da. Und schreibt mal jetzt, ob der starten kann. Weil es sind gerade neun Leute drin. Und vorhin waren es zehn. Und da eine schon gequittet. Okay, jetzt sind es zehn. Ich hoffe mal, es startet. Okay, der hat jetzt gestartet. Also, Leute. Auf jeden Fall. Ich bitte Imposter. Bitte, bitte. Was? Wir sind einfach mal Imposter geworden. Das war einfach mal Zufall, dass ich das gesagt habe. Aber egal, Leute. Auf jeden Fall. Richtig geil, dass wir jetzt mal wieder Imposter sind. Digga, Leute. Ich habe so Schiss, dass wir das jetzt mal verlieren. Alter. Ich habe so Schiss, dass wir verlieren. Okay, die sind beide da zusammen. Jetzt kommt hier jeder, Alter. Das ist nicht gut. Weil da kann ich gar keinen töten. Ich hoffe mal jetzt, dass sie sich ein bisschen aufteilen. Ich würde gerne diesen blauen töten. Oh mein Gott. Nein. Die Kamera. Scheiße. Ich habe die Kamera nicht gesehen. Ich blöd. Ich bin so dumm. Ich habe die Kamera nicht gesehen. Die war an. Wo ist, schreibe ich einfach mal, Leute. Alter, ich bin so dumm. Ich habe die Kamera nicht angesehen. Jetzt schreibt der eine bestimmt, dass ich bin. Blue Camera. Digga, was ist das, Digga? Die sagen einfach direkt, dass ich das bin. Okay, ich bin wirklich der Imposter, aber... Digga. I was doing tasks. Ich war am Tasks machen. Tasks habe ich geschrieben. Ach, alles klar, Digga. Okay, was schreibt der? Der eine, was schreibt der da für eine Sprache? Spanisch oder so ein Scheiß? I skip who skip to. Leute, skippe einfach mal, weil... Ja, ich muss eine auf unerfällig machen. Und ich habe einfach mal auch so gefragt, wer will mit mir skippen? I skip, schreibt Edison. Edison Ray bis zu. Auf jeden Fall, ja, Leute. Auf jeden Fall, ich hoffe, die skippen jetzt mit mir. Nur noch dieser eine Grüne, da muss voten, ey. Auf jeden Fall, ich habe bis jetzt nur einen getötet, weil, ja, ich konnte halt nichts machen. Aber das war so dumm von mir. Ich habe die Kamera da nicht einfach angesehen, Digga. I skip, okay, ich glaube, dass viele skippen werden, weil, ja, die glauben den Orangenen halt nicht. So, Leute, auf jeden Fall, ich warte jetzt mal, bis dieser eine Andrew oder so da votet. Okay, der hat gewotet. Nur dieser Orangener hat für mich gemacht und beide haben für Edison gemacht, Digga. Was? Auf jeden Fall, jetzt hat jeder geskippt fast und ich, die wussten halt noch nicht, dass ich das bin. So, auf jeden Fall, Leute, ich laufe jetzt einfach mal los. Dieser Andrew will mich, glaube ich, verfolgen und schauen, ob ich wirklich im Poster bin. So, auf jeden Fall, ich mache das Licht wieder mal aus. Ich mache irgendwie immer das Licht aus. Frag mich nicht, warum. So, Leute, auf jeden Fall, ich gehe jetzt mal kurz bei Electrical und schaue, ob da jemand geht. Wisst ihr was? Ich mache einfach mal diese Task und ich mache so, als wäre ich gar nicht dein Poster. So, ich habe das jetzt angemacht. Digga, ich wollte gerade diese Ads, die sind so töten. Ich schwöre es euch, Leute, aber das sind gerade noch viele Leute da. Digga, wie viele gehen gerade bei Electrical? Okay, ich habe jetzt die Tür zugemacht, Leute. Hey, Mann, ich wollte diesen roten töten, aber das kommt die ganze Zeit von Leuten irgendwo und irgendwo. So, auf jeden Fall, jetzt ist hier fast jeder einzelne, äh, Dings da, ähm, Typ halt. Ich gehe jetzt mal raus, weil das ist mir ein bisschen zu gefährlich hier. So, Leute, auf jeden Fall, ich wende jetzt mal ganz schnell. Reactor. Ja, okay, ich gehe raus. So, ich gehe jetzt mal Security. Oder, keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach mal ganz kurz rum. Ich mache so, als würde ich gerade Tasks angeblich machen, so. Weil hier ist gerade gar keiner, was ich sehr schön finde. Nein, ich habe ausgesehen, das Licht ausgemacht, aber die Tür zu machen. Digga, warum sind da alle? Was haben die? Ich schwöre, manchmal habe ich das Gefühl, dass die einfach teamen. So, Leute. Auf jeden Fall, das jetzt läuft jetzt eigentlich ganz schön. Bianca hat den, äh, Dings da verlassen, diesen Spiel. So, auf jeden Fall, Leute. Ich habe bei Electrical jetzt die Tür zugemacht. Digga, Leute, ich traue mich nicht rauszugeben, weil ich habe irgendwie das Gefühl. Okay, Grün hat jetzt Emergency gemacht. Warum auch immer, habe ich keine Ahnung. Ich schreibe jetzt einfach. Was hat dieser Orange die ganze Zeit, Digga? Die ganze Blue Purple ist im Poster. Hä? Blue Purple ist doch tot. Hä? I'm not. Ey, Digga, ich bin so dumm. Ich habe eigentlich Gras aufgeschrieben. Okay. So, Leute. Was schreiben die jetzt? Purple went with light. Kill white blue. Was hat der, Digga? Der hat die ganze Zeit, ich schwöre es dir. Die ganze Zeit sagt er, es ist Blue, es ist Blue. Hört doch mal auf, er saust mir nicht. So, Blue oder Purple? I skip. Ja, komm, schreibt jetzt einfach mal. No one is die. Ich schreibe jetzt einfach. Ja, ich skip einfach, Digga. Oh mein Gott, Leute. Viola hat der geschrieben, Digga. What the fuck? Mein Gott. Okay, also bis jetzt hat er noch nicht gewartet. Und die schreiben auch gerade nichts mehr. Die sind sehr ruhig. So, wir haben immer noch 55 Sekunden jetzt. Bitte vote jetzt mal für irgendjemanden. Alter, ist doch egal wen. Aber mich nicht, weil ich bin kein Poster. Spaß, Kappa. So, Leute. Auf jeden Fall. Ich hoffe jetzt, dass er jemanden votet. Weil er macht gerade gar nichts, dieser Andrew. Bitte vote jetzt. Ich hoffe mal, dass er jetzt einfach skip vote gemacht hat. Also skip vote macht. Hä? Jetzt schreibt plötzlich dieser orangene, äh, skip purple is dead, schreibt der, äh, schwarze. Ja, natürlich. Digga, die haben beide für mich gemacht, ey. Ich schwör orange und, äh, rot die bestimmt, Alter. So, Leute. Auf jeden Fall, äh, jetzt haben die wieder geskippt. Und, ähm, Leute, ich weiß wirklich nicht, ob ihr das gewinnen werden. Aber ich hoffe einmal einfach mal schon. Weil, wenn wir das nicht gewinnen, dann scheiß halt. Weil ich bin gerade schon sehr gut. Wieder mal das Licht ausmachen. Gar kein Bock. Mir fällt gerade auf, gehen nie bei Mad Bay irgendwie rein und wenn, wenn zum Beispiel oder so. Ich geh schnell hier raus. Nee. Das ist so auch völlig. Vielleicht sieht das irgendwie hier jemand. So, Leute, auf jeden Fall, ähm, ich bin jetzt mal hier am Wenden wieder. Ist jemand, hier ist keiner. Mann, ey, ich schwör, ich wollte den killen, diesen grünen. Aber die ganze Zeit kommt irgendjemand. Okay, da ist weiß. Leute, sollte ich den töten? Ich glaube, ich mach's nicht. Nein. Ich geh schnell wieder raus. Und hoffe mal, dass mich niemand gesehen hat. Wo sind denn die alle? Hm. Okay, die Kamera ist aus. Und dieser Orangene, der geht gerade weg. Ich will den so töten. Aber das kommen die ganze Zeit. Leute, Mann. Ach, okay. Okay, ich mach einfach mal auf unauffällig so. Also, äh, ja. Digga, hört auf, die ganze Zeit zusammen zu bleiben. Das ist ehrenlos. Okay, Leute, auf jeden Fall, äh, ich lauf jetzt einfach mal rum. Ist bei Security hier jemand? Nein, hier ist keiner. Das ist komisch. So, da ist weiß. Und der läuft gerade rum. Ist, okay, da ist orange. Oh, da ist orange. Okay. Da war noch rot, hab ich gerade gesehen. Okay, die sind da alle. Wieder mal. So, ich lauf jetzt einfach mal wieder rum. Ist hier vielleicht jemand? Okay, da war schon wieder orange. So, ach, Digga, was fällt der? Bitte geh jetzt weg. Dankeschön, Alter. Mann, ich dachte, hier ist jemand. Dann hätte ich den gekillt nicht. Weil, dann hätte er das vielleicht gesehen. So, Leute, auf jeden Fall, äh, ich... Okay, hier ist weiß. Aber ich töte den noch nicht. Okay, den werde ich jetzt aber töten. Haha, Junge. Okay. So, ich hab den jetzt auf jeden Fall. Ich trau mich nicht rauszugehen, weil ich hab Angst, dass von der Ecke jemand kommt. Okay, hier ist keiner. Die Kamera war schon wieder an. Die Kamera war schon wieder an, Digga. Ich bin so ein Noob, Digga. Ich bin einfach rausgekommen von der Ecke, Digga. Ey, Leute, ich sag's euch. Der wird jetzt gleich bestimmt sagen, also dieser Rangton oder so, der mich gerade auf der Kamera gesehen hat. Der wird jetzt bestimmt sagen, ähm, ja, es ist Dinges, äh, Blue. Weil, guck mal, Leute, ich bin einfach gerade aus der Ecke rausgekommen. Und da war die ganze Zeit bei den Kameras... Also, wisst ihr, was ich meine? Weil, okay, da hat jemand diese Leiche von Rot gefunden. Okay, was wird der jetzt schreiben? Ist... Ach, Digga, schreibt einfach nix. Blue... Warum schreibt der jetzt schon wieder? Why me blue blue? Ach, Digga. Die schreiben alles schon wieder. What do you will of me? That is green. Green is safe. I do nothing. Schreibe ich einfach mal. I can't call the meeting. Alles klar, Digga. Warum nicht? Okay, Leute, das ist hier gerade ein bisschen kritisch, Alter. Ich glaube wirklich, dass... Äh, ja. Ich hoffe einfach mal, dass ihr... Das vielleicht noch gewinnt. Aber, Digga, jeder schreibt gerade... Äh, Dings da. Blue is blue is, Digga. Was? Hä? Warum? Woher wissen die das eigentlich? Bitte nicht, bitte. Och, Digga. Willst du mich erarschen, Digga? Ja, Leute, wir haben auf jeden Fall verloren. Wir hätten das jetzt easy gewonnen. Aber nee, natürlich. Adopt the kitchen. Alter, Digga, Leute. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schreibe jetzt einfach mal. Fickt euch. Willst du mich? Willst du mich? Hier ist es am surge. Ich schreibe jetzt mal.